London Heartbreaker von Louise Bay Es lesen Jenny Laura Bischof und Christian Feist Erstes Kapitel Heute Samstagabende auf dem Land waren Samstagabenden in London ziemlich ähnlich. Freunde versammelten sich um den Fernseher und überlegten, ob sie das Trinken von der Couch in eine Bar, ein Restaurant oder eine Mischung aus beidem verlagern sollten. Heute Abend war ich dafür gewesen, im Warmen zu bleiben. Ich war überstimmt worden. Ich dachte, wir wollten in den Pub, ihr schnarchigen Langweiler, sagte Adam, der sich in eine seiner immer häufiger werdenden Schimpftiraden reinsteigerte. Adams Laune kochte umso öfter hoch, je näher er der großen 3-0 kam. Er feierte so heftig, wie es nur ging, um alle Anzeichen dafür, dass er kein Kind mehr war, zu widerlegen. Ich war mir ziemlich sicher, dass es keinem von uns gelingen würde, allzu gut damit umzugehen. Adam war bloß der Erste aus unserer Gruppe, der diesen Meilenstein erreichte. Wir gehen, wenn das vorbei ist, also klappe jetzt, erwiderte ich mit einem Nicken in Richtung Fernseher. Wir sechs, sogar Matt und Daniel, waren gefesselt von lauter in Pailletten gehüllten, Standard tanzenden Promis, doch Adam ging unruhig auf und ab. Er war schon den ganzen Tag schlecht drauf. Ava, es wundert mich, dass du diesen Glitzer-Pailletten-Tanz-Blödsinn magst. Du bist so ein Mädchen, meckerte er. An dir ist kein Genie verloren gegangen, was? erwiderte ich. Verzieh dich, wir wollen das in Ruhe gucken. Ich hasste es, mich mit Adam herumzuschlagen, wenn er sich so aufführte, weil man ihn eh nicht umstimmen konnte. Ein Glück, dass ich bald meinen Buddy zurückkriege. Diesen Sommer werde ich jeden Tag eine andere bumsen, grummelte Adam vor sich hin. Ja klar, Daniel lachte in sich hinein und ging an die Bar. Schätze, es werden jede Menge für dich abfallen. Kein Mensch sagt mehr Bumsen, Adam, sagte Leah und warf dabei ihre Haare nach hinten. Eine effiziente Geste, mit der sie zugleich ihr wunderschönes Haar in Szene setzte und Adams Gerede abtat. Wir haben nicht 1996. Jules hob ihr Glas hoch, damit Daniel ihn nachschenkte. Perfekt wie er war, nahm er die halbleere Weinflasche von der Bar mit herüber. Hat sich denn noch keine diesen Leckerbissen von einem Mann geschnappt? Fragte sie, während sie zusah, wie der Alkohol in ihr Glas floss. Wer? Welcher Leckerbissen von einem Mann? Unerklärlicherweise machte mein Bauch einen Salto. Ich hatte das Gefühl, dass mir hier etwas entging und obwohl ich den Blick weiter fest auf den Fernseher gerichtet hielt, blendete ich die Musik aus und versuchte genauer hinzuhören, worüber Daniel, Adam und Jules da redeten. Nup, und du kannst mich mal, Daniel. Ich hab's nicht nötig, auf die zu warten, die er übrig lässt. Wir werden als Dreamteam London unsicher machen, wenn er wieder da ist, sagte Adam und kippte sein Bier runter. Nicht, wenn ich ihn mir zuerst schnappe. Jules hüpfte auf der Couch auf und ab. Über wen redeten sie? Und du kannst mich auch mal, Jules. Bleib ja weg von ihm, wenn er wiederkommt. Der Junge ist endlich wieder in der Stadt und wir werden diesen Sommer jede Menge Spaß haben. Als ich begriff, um wen sich ihr Gespräch drehte, stockte mir der Atem und ich musste die Augen schließen, damit sich nicht mehr alles drehte. Joel. Er kommt nach Hause. Scheiße. Adam hatte uns überredet, der Kälte zu trotzen und unser samstagabendliches Besäufnis in den Dorfpapp zu verlagern. Der hatte 300 Jahre alte Dielenböden und so niedrige Decken, dass Daniel und Matt sich ducken mussten, um zu unserem Tisch zu gelangen, ohne sich an den Balken den Kopf zu stoßen. Es war so stickig, dass ich keine Luft bekam. Der Pulli, den ich anhatte, machte es nicht besser. Das Kaminfeuer auch nicht. Und die Erwähnung von Joel ebenso wenig. Die Unterhaltung drehte sich inzwischen um andere Themen, doch ich wollte unbedingt mehr erfahren. Wann würde er zurückkommen? Warum kam er zurück? Ich hatte ihn ewig lange nicht gesehen. Jahrelang. Sieben Jahre, neun Monate und 15 Tage, um genau zu sein. Alles okay mit dir, Ava? fragte Jules. Mir ist bloß ein bisschen warm, sagte ich. Bei meinem viel zu breiten Grinsen rissen meine vom schottischen Wind schon ganz trockenen Lippen auf. Ich würde an meinem Pokerface arbeiten müssen und an meinem Gehör. Der Papp befand sich am Ende der Welt, aber wie es schien, war ganz Schottland heute Abend hergekommen. Über das Klappern von Besteck, das Stimmengewirr der anderen Gäste und das Wummern in meinen Ohren hinweg, das Joel, Joel, Joel machte, hatte ich Mühe zu verstehen, was meine Freunde sagten. Ihre Stimmen kamen nur als unverständliches Gemurmel bei mir an. Ich wollte wieder zum Haus und mich im Bett verkriechen, doch ich hatte freiwillig angeboten, heute Abend die Fahrerin zu spielen. Gott sei Dank war unser alljährliches Wochenende auf dem Land morgen vorbei und wir würden alle nach London zurückfahren. Ich musste meine Gedanken ordnen, herausfinden, ob es möglich war, in seiner Gegenwart normal weiterzuatmen. Ich holte einmal tief Luft und versuchte, mich auf das zu konzentrieren, was Adam gerade auf der anderen Seite des soliden Kiefernholztisches erzählte. Was ursprünglich nur ein gemeinsames Osteressen gewesen war, hatte sich mit den Jahren zu einem Wochenende auf dem Land entwickelt. Daniel suchte immer die schicksten Übernachtungsadressen für uns aus und bestand darauf, für alle zu bezahlen, denn er war der reichste Mann Englands. Beziehungsweise, genauer gesagt, der drittreichste Mann unter 40, aber egal, er war jedenfalls reicher als der Rest von uns. Zuerst hatten wir protestiert, allerdings nur schwach, wir hatten uns längst geschlagen gegeben. Dieses Jahr waren wir in einem wunderschönen alten schottischen Schloss mit Türmchen, einer gewundenen Zufahrt und mit Angestellten. Es fühlte sich an wie ein Hotel, nur dass es keine anderen Gäste gab. Ich wusste nicht recht, warum wir in den Pub gegangen waren, drüben im Schloss hatten wir einen Koch und literweise Alkohol. Trotzdem war es eine angenehme Tradition. Diverse Partner und Partnerinnen kamen und gingen, aber wir sechs, Freunde seit der Uni, fuhren jedes Jahr zusammen weg. Dieses Jahr hatte Daniel Lea mitgebracht. Sie waren noch nicht lange zusammen, gaben aber das perfekte Paar ab. Ob sie nächstes Jahr um diese Zeit wohl verheiratet sein würden? Jedermanns Leben entwickelte sich weiter. Weder Jules noch Adam hatten dieses Jahr jemanden dabei. Jules hatte ihr jüngstes Opfer letzten Monat abserviert und trotz aller Sprüche, die Adam von sich gab, leckte er immer noch seine Wunden, weil seine Freundin letztes Jahr um diese Zeit nach fünf Jahren Beziehung Nein zu seinem Heiratsantrag gesagt hatte. Ich war mir nicht sicher, ob er sich wirklich durch Halblanden bummste. Jedenfalls bezweifelte ich es. Er war noch nie der Typ für Gelegenheitssex gewesen. Dafür war er viel zu liebesbedürftig. Einer von vielen Gründen, weshalb zwischen uns niemals etwas Romantisches laufen würde. Bedürftigkeit war unsexy. Stärke, Selbstbewusstsein, Erfahrung, das fand ich sexy. Das Yin zu meinem Yang. Matt und Hannah zogen uns manchmal damit auf. Sie waren davon überzeugt, dass Adam und ich einmal als Paar enden würden. Oder Adam und Jules. Matt und Hannah hatten im ersten Semester an der Uni geknutscht und gleich nach dem Abschluss geheiratet. Sie waren die Konstante in unserer Gruppe. Sowas wie die geduldigen Eltern von vier ungezogenen Kindern. Sie hatten sich füreinander entschieden und waren glücklich. Und dasselbe wünschten sie sich auch für alle Menschen in ihrem Umfeld. Ich hatte noch nie jemanden auf unseren alljährlichen Wochenendausflug aufs Land mitgenommen. Seit Joel hatte es keinen anderen mehr gegeben. Gott, ich musste hier raus. Mein Kopf war überflutet, als hätte jemand eine Schleuse geöffnet und ich ertränke jetzt in den Gedanken an ihn. In den vergangenen fast acht Jahren hatte ich ihn in die hintersten Ecken meiner Erinnerung verdrängt. Wenige Wochen nach seiner Abreise hatte ich die Law School begonnen und danach meine praktische Ausbildung in einer der besten Kanzleien des Landes absolviert. Die Überstunden, der Schlafmangel, die größtenteils unterschwellige Rivalität zwischen den jungen Anwälten, die ganze Brutalität der Branche hatten mir gefallen. Das alles war die Strafe für meine vorherige Schwäche gewesen. Fest entschlossen, alte Fehler nicht zu wiederholen, hatte ich mich im Lauf der ersten fünf Jahre neu erfunden. Und ich hatte mich aus unserer kleinen Gruppe zurückgezogen. Wenn wir gelegentlich abends weggingen, war ich dabei und natürlich auch bei unserem alljährlichen Ostertreffen, aber im Allgemeinen... Ich hatte mich im Allgemeinen, das war die Vorbereise. Die Vorbereise war ich in der Mitte des Zin-Tel-Tel-Tel-Tel-Tel-Tel-Tel-Tel-Tel-Tel-Tel. Ich habe mich im Allgemeinen, in der Mitte des Zin-Tel-Tel-Tel-Tel-Tel-Tel, hier war das Sitz-Tel-Tel-Tel-Tel-Tel-Tel-Tel-Tel-Tel-Tel. Vielen Dank.